Willkommen! Mein besten Relax-Sessel stelle ich Ihnen jetzt vor und zwar das Modell Youngstar von Ewald Schillig als elektrischen Relax-Sessel mit Akku im Leder 170-162 Nuburg Sand. Ein ganz toller Sessel, der mehr kann, wie Sie vermuten. Natürlich verstellen kann man alle Relax-Sessel, diesen Sessel noch mehr. Sie haben hier eine Höhenverstellung, die mechanisch funktioniert. Das heißt, wenn Ihre Frau kleiner ist wie Sie oder Ihr Mann größer wie Sie, kein Problem mit diesem Hebel, können Sie ganz einfach die Höhe verändern. Dann haben Sie hier eine eingebauten elektrische Verstellung mit Akku. Das heißt, Sie brauchen kein Kabel, Sie sehen hier kein Kabel und das Fußteil kommt raus. Der Rücken geht nach hinten. Sie haben hier optimalen Sitz- und Liegekomfort. So, ich drehe mich mal. Hier haben Sie dann noch einen Knick, den Sie mechanisch einstellen können. Hier rutscht die Jacke hoch. Und mit den Knöpfen können Sie natürlich noch weiter nach hinten. Ich hoffe, man sieht es. Fast bis zur Liegeposition. Das Modell Youngstar ist das neueste Modell von Ewald Schillig. Und Sie haben hier das Originalstück aus der Hausausstellung. Das heißt, beste Verarbeitung, beste Qualität, super, edel. Passt zu sehr vielem, hat ein schwarzes Gestell. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe ihn einmal für den, der als erstes zuschnappt. Youngstar für Sie in Nubukleder. Sehr sympathisch. Etwas pflegeintensiver. Sehr hautsympathisch. Schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss.